Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Stranded Raft, dem guten alten Minecraft Stranded Deep Mod, was kein Mod ist, sondern der Map, geschwimmen. Scheiße, ist ja gar kein Wasser. Wir sind hier immer noch auf die Raster. Wir sind jetzt wirklich gestrandet. Ja, hier auf so einer richtigen Rasterinsel. Also nein, wir rasten auf einer Insel. Und der Suche nach Dingen, die wir gebrauchen können. Genau. Aber wir haben uns überlegt, jetzt mal diese Folge heim zu gehen und unsere gefundenen Schätze mit nach Hause zu bringen. Schätze vor allem. Ja, ich habe 41 Eisen. Und die Schwämme? Die Schwämme sind gut. Ja, ich hätte mal noch mehr mitnehmen sollen, aber unter Wasser ist richtig schwer heranzubauen. Damit kannst du dann die Boote, das Wasser aus den Booten, die unter Wasser sind, raussaugen. Genau. Falls du da mal rein musst. Aber da musst du von innen dann rein. Ja, ich bin ganz doof. Ganz blöd bin ich auch nicht. Okay. Lass mich in Ruhe. Dann halt nicht. Ja, ist der dein Fisch, ey. Hier, guck. Rage. Ich opfere den Diamanten jetzt. Ich dachte, ich hätte den Diamanten. All den Feuergott. Okay? Ja, ja. Nein. Okay. Ja, voll. Schwarze Diamante. Okay. Hast du was gegen schwarze Diamanten? Ja. Nein. Okay. Mann, Mann, Mann. Seht's aus? Kann es mal Tag werden. Bei Nacht. Stimmt. Da kommt nur wieder ein Freezing. Mama, ein Freezing kommt. Ja. Weil er sich halt kein Feuer mit aufs Boot holen kann. Was machst du da? Ich hab was getrunken. Darf ich nicht? Nein. Schluck Salzwasser. Einen guten Schluck Salzwasser davon immer trinken. Aber nicht so viel. Und auf der Aufschrift steht doch eindeutig Wodka drauf. Ne, da steht Wasserflasche. Mhm. Ich dachte, jetzt ist es noch dunkler geworden. Aber das sieht schwer aus. Was tut denn eigentlich? Das brennt schneller. Ja. Den Gras anzünden hier. Ah, wie geil. Ah. Gras. Hier, warte. Ich wollte, dass du es anzünden bist. Nein. Ich zünd kein Gras. Komm, zünd das da an. Zünd das bitte an. Deine. Jetzt gibt's keinen Sinn mehr zu leben. Okay. Ich ertrink jetzt. Tschüss. Viel Spaß beim ertrinken. Sag meiner Mutter, dass ich sie geliebt hab. Sag meiner Mutter. Welche Mutter? Du warst doch nur von zwei Vätern großgezogen worden. Statt zumindest in deinem Personalausweis drin. Keine Ahnung, warum das in Perso steht, aber YOLO. Mit in deinem Fahrzeugschein. Ja, Fahrzeugschein. Ja, ja, bestimmt. Warum nicht? Denk doch mal logisch. Denk doch mal logisch, Digga. Denk doch mal logisch. I feel quite cold. Oh, nee. Okay, wir müssen abhauen. Ich würde sagen, wenn Tag ist, dass wir wenigstens hier noch ein kleines Feuerschien kurz machen. Nein, komm, wir hauen ab. I feel quite cold. Ist mir egal. Oh, fuck. Hier hängen fest. Ja, du auch. Nee, ich bin schon längst weg. Oh, guck mal da. Dass er möchte gern high. Ähm, wir müssen schon so an die... Äh? Äh, wir müssen in die Richtung. Hier. So, wo ich lang... Äh, ey, guck mal da. Da ist eine Insel. Rechts war ich da nicht schon. Keine Ahnung. Ich geh mal gucken. Neue Insel. Ja, ich glaube, aber das ist die, wo wir eben fahren. Also... Hä? Nee. Glaube ich nicht. Wo da? Äh, keine Ahnung. Da ist aber ein Boot drauf. Äh, habe ich die Pfeile? Ja, hier sind Pfeile drauf. Okay, dann waren wir da. Ja. Hast du alle markiert eigentlich? Äh, ja. Und zeigt denn der... Alter, was machst du, was machst du? Ah, Geräte. Beinah. Äh, hier ist was. Ah, hier ist die... Hier ist unser Dingens. Zuhause. Guck mal. Home, sweet home. Ach, hier in dem Boot war ich auch schon. Home, sweet home Alabama. Ja, doch, da war ich. Sweet home Alabama. Loll brennt unser Feuer sogar noch, oder was? Äh, das sind Fackeln. Nein, Boot, nicht. Nein, fuck, meins auch. Und willst du denn? Nein, jetzt habe ich es weggeschickt. Egal, ich habe keinen Bock. Tschüss, Boot. Guck mal da. Ich habe einen Diamanten reingeworfen. Ja, hol ihn dir. Wow, guck mal, was bisher gewachsen ist. Nix. Okay. Okay. Ach so, das Weed, das ist immer da. Wenn du es nicht brauchst. Aber wir haben jetzt Melonen. Ah, cool, können wir uns jetzt auch so auf den Markt stellen und mal schreien. Melonen, Melonen, Melonen. Frische Melonen. 1,80, 1,80 Angebot. 1,80. Wolle Rose kaufen. Ja. Und der Preis, gut der Preis für schöne Frauen. Wolle Rose kaufen. Ähm, da ist Sugar Canes. Haben wir sonst auch irgendwo Sugar? Sugar, Baby. Okay, wir haben keinen Sugar. Ich globs nicht. Ich globs nicht. Äh, ey, hier ist schon wieder ein Schaf gespawnt worden. Echt? Guckst du dir mal an. Oder, nee, da trennt nur draußen rum. Das ist ausgebrochen. Ja, ein Schaf, ein Schaf. Da, guck mal, das Schwein ist auch in dem anderen Gehege jetzt drin. Toll. Die machen, was die wollen. So, töten wir. So. Ich töte das Schaf jetzt, ja? Nein, nicht. Tu das einfach. Guck mal, wie es sich, guck mal, wie es mich anguckt. Erstmal. Nein, warte. Ich möchte es ins Gesicht. Ich möchte es ins Gesicht? Was? Du nicht so blöd. Du wolltest es ins Gesicht haben? Du nicht so blöd. Nein, Gesicht schlagen. Guck dir nicht so blöd. Du hast mich gehauen. Das merke ich mir. Es ist gerade scharf. Es ist gerade scharf. Lass dich in Ruhe. Dreck scharf. So. Das musst du jetzt dran glauben, wegen dir. Ja, ja, wegen dir. So. Brennwolle. Brenn. Jetzt Wolle angezündet, ernsthaft. Ja. Was dagegen? Burning Man Festival ist das jetzt hier. Oh, ein bisschen Gold machen. Ein bisschen Porkchraub essen. So. Ob nicht gebraten? Doch, gebraten. Dann ist ja gut. Als ob ich hier rohes Fleisch essen würde. Für wen hältst du mich? Hier trau ich irgendwie alles so. Derk ich mir. Okay. Ist das jetzt eingeschnappt, oder was? Ja. Das merke ich mir für immer. Ey, geil. Wir könnten eigentlich mal irgendwo so eine kleine Pilsfarm bauen. Dann hätten wir dauerhaft was zu essen. Nämlich wir haben beide Pilzarten. Ja, du willst nur Pilze anbauen. Ich verstehe. Ja. Weißt du, sind die Pilze? Ich verstehe. Ich habe jetzt keine Bock, so eine ultimative Pilzfarm zu bauen. Ich baue jetzt einfach einen kleinen Kasten. Aha. Einen kleinen Kasten. Was? Das ist ja dann so 50x90 Meter lang. Shit. Das muss ich wirklich noch aus Holz weiterbauen. Hier aus Holz weiterbauen. Das sieht ja mega scheiße aus. Nicht, dass ich das jetzt hier noch aus Holz weiterbauen muss. So. So. Alles provisorisch gebaut. So, damit die scheiß Tiere nicht mal ausbrechen. Ich werde mal nochmal kleinfarm. Aber so ähnlich. Ich brauche Stein. Ich brauche Stein. Ja, dann hole ich mir halt alles. Ich brauche Holz. Holz kann ich dir geben. Gebt mir Holz. Gebt mir Holz. Böser Baum. Werde ich nicht. Gib mir dein Holz. So. So. Zack. Hm. So, jetzt kann ich hier drin den Zaun abbauen. 4, 5, 2, 3. Mein Mouth ist frei. Ja, dann sauf ich wieder ein bisschen Salzwasser. Oh ja. Du wirst noch süchtig danach. Du wirst aufpassen. Dich, dass du süchtig wirst. Na toll, jetzt geht's rein. So. Alter. Die scheiß Viecher stehen überall im Weg. So. Ja. Wie du. Das merke ich mir. Das merke ich mir. Das schreibe ich mir in den Kalender. Das kommt in deinem Lebenslauf. Nee. Das schreibe ich mir in den Kalender. Und dann kann ich dir das immer wieder vorenthalten. Ja, ja. Vorenthalten vor allem. Vorenthalten. Willst du mir was sagen? Nein, ich halte es dir vorenthalten. Äh, genau. Alter. Sag's dir nicht. Auch so dumm, ich renne los, obwohl ich noch einen Spitzhack... Einen Spitzhack. Was? Du hast einen Spitzhack. Ja. Ja. Dein Ding ist es gerade abgebrochen. Ich habe auch nur Spitzhack gesagt. Spitzhack. Spitzhack! Gib mir. Alter, Schwein, rein da mit dir. Rein da. Ey, mein Boot steht jetzt da einfach rum, oder was? Rein, 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 da. Ähm, was wollte ich denn sagen? Alter. Wollte irgendwas sagen? Ganz ehrlich jetzt. Jetzt musste ich ein Schwein töten, weil es ausgebrochen, äh, wollte, ausbrechen wollte, so. Ein, ein Schwein? Ein Schwein wollte ausbrechen. Die fühlen sich da nicht drin wohl. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Das ist doch das Beste, was die haben. Besser kann es hier noch gar nicht gehen. Die könnten tot sein. So wie Einschwein. Wieso hast du keinen Name-Tag geangelt? Dann hätte ich mir jetzt... Ey, mein Meerschweinchen hieß Einschwein. Das ist das letzte, was gestorben ist. Oh. Du sagst doch, es könnte tot sein wie Einschwein. Alter. Ja, das fand ich ein bisschen gemein. Alter, sorry. Keine Ahnung, kein Problem. Aber du wusstest es ja auch nicht. Da hab ich mich jetzt nicht gepoppt. Auf der Kamera bein. Ne, ich pass. Ey, guck mal jetzt auf die Map. Wo ist die Map? Ja, so. Da müsst ihr jetzt noch drin sein. So bist du zum Boden. Jetzt baust du mich zu, wa? Warte. Danke. Achso, weil wir es erkundet haben oder hast du... Ja, ernsthaft. Mann, lass dich hier ruhen. Mann, 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 Mann guten tag willst du entkommen jetzt haben wir hier unten dann ausgehoben oder was ja irgendwie haben wir jetzt alles ausgehoben toll und jetzt wie willst du das jetzt hier wieder voll machen ja war ja deine idee das war nicht meine idee nein du hast mich ja bloß zugebaut ich habe dich zugebaut aber du hättest dich ja anders hoch bauen können du hättest dich ja gar nicht hoch bauen können müssen hätten sein sollen wollen hätte können genau Baumstamm I don't feel anymore cold anymore und das zeigt er mir jetzt schon zum zweiten so jetzt haben wir hier eine größere Map schon kann ich gleich nochmal nächste Folge oder so auf Tour gehen aber ich glaube das ist jetzt erstmal die letzte Folge die wir aufnehmen oder für heute für heute schon oder wir können doch noch eine machen lass noch eine machen sicher ja okay komm ja eine geht noch ich werde haben wir denn äh sag mal welches Lichtlevel haben wir denn hier äh keine Ahnung I feel thirsty ich brauche salzwasser ich brauche es ich kann ohne es nicht leben hier so einen hässlichen Eingang bauen oah richtig geiles salzwasser perfekt okay ja dann bereit sich schon mal alles für das Ende der Folge zuvor wir könnten noch ein Feuerchen legen so wo ist das Feuerzeug äh da mal gucken welches Lichtlevel hier ist kann man nicht ist überhaupt ange- ne wird nicht gezeigt war aber das muss wenn es dunkel ist dann ist es dunkel war ja du kannst hier Pilze setzen macht das aus Stein gleich kannst du die nächste Folge machen dann ist jetzt vorbei ja ich muss jetzt ausmachen ok ja du musst jetzt ausmachen ich muss ausmachen ok sonst darf ich nicht mit PC spielen ok dann sag ich mal genau bis zum nächsten Mal out rein und schön mit äh genau und immer locker bleiben ne ja immer an Pilze denken ja immer Mushrooms anbauen so wie Timon macht's gut ja genau tschau tschau tschau